moin zusammen im heutigen dritten teil meiner reihe beschläge selber anlegen geht es um den minifix ich habe mich übrigens dazu entschlossen zum thema verbinder zwei videos zu machen im heutigen teil wie schon gesagt nehmen wir uns den minifix vor den bearbeiten wir ganz einfach mal hinsichtlich der bohrtiefen und im nächsten teil zeige ich euch dann wie man sich einen komplett neuen beschlag also ein den es bisher noch nicht in der bibliothek gibt ganz neu anlegt diesen minifix den bearbeiten wir jetzt mal hinsichtlich der der bohrtiefen und da geht es ganz einfach darum es kann ja sein dass unser bohrer nicht ganz exakt eingemessen ist oder dass der vielleicht auch nicht mehr ganz scharf ist und manchmal bleibt dann unten innerhalb der bohrung so ein bisschen material stehen was ist uns dann erschwert das gehäuse in die bohrung einzupressen und um das zu vermeiden bohren wir einfach mal ein bisschen tiefer ich zeige euch mal wie das geht zunächst mal öffnen wir über das menü interior cut beschläge beschlagsbibliothek erweitern und anpassen wieder das entsprechende zubehördokument zunächst mal hier die verbinder gehäuse und dann sagen wir bibliothek bearbeiten in unserem geöffneten zubehördokument schauen wir jetzt mal in den zubehörmanager müssen wir erst aktivieren hier dass das dokument und darin finden wir dann diese ordner und zwar je beschlags system wenn man so will einen ordner und wenn wir mal in den ordner minifix abtauchen dann können wir erkennen darin befindet sich kein beispiel beschlag das bedeutet also wir müssen uns den original beschlag aus der programme bibliothek importieren und wie das geht zeige ich euch jetzt mal wir gehen dazu ein bisschen weiter runter im zubehörmanager da finden wir dann die vector works bibliotheken darin sehen wir den ordner attribute und vorgaben und wenn wir den nach unten aufklappen dann finden wir darin wiederum diesen ordner bauteil auch den klappen wir aus und etwas weiter unten finden wir dann hier einmal verbinder bolzen und verbinder gehäuse wir klappen zunächst mal die verbinder gehäuse auf und finden darin genau dieselben ordner wie sie in unserem zubehördokument zu finden waren ja und das dient dazu dass die beschlags teile bei mehrteiligen beschlägen wissen dass sie miteinander korrespondieren dass also das minifix gehäuse mit dem minifix bolzen korrespondiert und sich nicht dummerweise irgendeinen rafix bolzen beispielsweise raussucht und dementsprechend gehen wir jetzt mal hin und schauen uns hier diesen ordner minifix von innen an und da sind jetzt all die gehäuse drin die in der programme bibliothek also im auslieferungszustand mitgeliefert werden wir nehmen uns mal dieses gehäuse machen rechtsklick drauf und sagen importieren wir importieren dieses gehäuse also in unsere zubehör bibliothek und wenn wir das tun werden wir in diesem dialog gefragt wie wir dabei vorgehen möchten wohin soll es importiert werden und da ist es ganz ganz wichtig dass ihr hier sagt ordner struktur beibehalten denn dann wird dieses gehäuse nämlich in unser zubehör dokument in den ordner minifix importiert und das ist eben wie schon sagte wichtig dafür dass das programm weiß das ist mini fix gehäuse und das korrespondiert später auch nur mit minifix bolzen ja also ordner struktur beibehalten und dann sagen wir okay und dann schauen wir uns dieses importierte gehäuse jetzt mal in unserem zubehör dokument an also wir gehen wieder nach oben gehen hier auf verbinder gehäuse in den ordner minifix und da ist es jetzt drin und dann machen wir mal rechtsklick drauf sagen 3d darstellung bearbeiten und dann müssen wir mal ganz nah ran so noch näher und wenn wir uns das ganze ding dann mal wieder von vorne angucken noch etwas näher rangehen finden wir wieder zwei komponenten darin dass hier ist wieder die gruppe mit unserer datenbank also mit den sales infos hier wieder die beschreibung die in der stückliste auftaucht einen teil dieser beschreibung kopiere ich mir jetzt mal in die zwischenablage die verwende ich nämlich später noch und dann schauen wir uns mal diese rote geometrie an das ist nämlich wieder unsere bearbeitung eine bohrung 3d und hier im objekte reiter sehen wir dann wieder die parameter dieser bohrung durchmesser 15 millimeter daran brauchen wir nichts verändern die tiefe sind 12,5 millimeter eigentlich wird er also schon ein bisschen tiefer gebohrt als das gehäuse tief ist aber wir gehen auf nummer sicher und stellen hier mal auf 13,5 millimeter so und dann können wir das symbol auch schon verlassen bevor wir das aber speichern benennen wir das symbol um das ist wichtig dazu dass dieses selbst angelegte oder modifizierte gehäuse jetzt vom original gehäuse unterschieden werden kann und das geht nur wenn die beiden symbole nicht denselben namen haben das heißt wir sagen hier wieder rechtsklick und dann gehen wir auf umbenennen und jetzt kopiere ich hier herein den teil der beschreibung den ich mir eben aus der aus der sales info geholt habe und dann füge ich hier noch hinzu 13,5 millimeter so jetzt haben wir dieses gehäuse dementsprechend eben umbenannt dann können wir das zubehördokument speichern also datei sichern und wenn das getan ist können wir es auch einfach schließen und jetzt zeige ich euch noch wie ihr dasselbe mit dem mit dem bolzen macht wir müssten das nicht tun wenn wir am bolzen keine veränderung vornehmen möchten sind wir jetzt schon fertig trotzdem zeige ich euch das noch mal interior cut beschläge beschlags bibliothek erweitern anpassen dann wird die bibliothek schon aktualisiert passiert automatisch wir wählen hier also die verbinder bolzen bibliothek aus sagen bibliothek bearbeiten und dann gehen wir genau wie bei dem gehäuse vor wir schauen erst mal hier in die original bibliothek in die programme bibliothek hier sind noch die gehäuse aufgeklappt die mache ich mal zu wir nehmen stattdessen die verbinder bolzen aktivieren den ordner minifix dann nehmen wir beispielsweise mal diesen diesen bolzen hier importieren den sagen wieder ganz wichtig ordner struktur beibehalten ok und wenn wir uns diesen bolzen dann mal in dem zubehör dokument anschauen das ist jetzt der importierte bolzen hier im ordner minifix wieder dann können wir auch den in der 3d darstellung wieder bearbeiten wie schon gesagt dass das müssen wir nicht tun das dient jetzt nur dazu euch zu zeigen falls ihr jetzt beispielsweise an dieser bohrung oder an dieser bohrung nach änderungen vornehmen wollt könnt ihr das hier in der infopalette wieder anpassen das hier ist die bohrung die in die fläche erfolgt hier unten ist das schraubgewinde von unserem von unserem bolzen das heißt also in diese bohrung wird der bolzen eingeschraubt und das hier ist die bohrung die in richtung des gehäuses auf der schmalkante erfolgt ich mache das hier mal nicht ich verlasse das symbol einfach speichere die bibliothek command s in dem fall so schließe sie und jetzt sollte also unser modifizierter minifix zur verfügung stehen ich will mal mein verbinder werkzeug dann wird wieder die beschlagsbibliothek aktualisiert es wird also geschaut haben wir irgendwas verändert und falls ja werden die änderungen übernommen hier wähle ich mir den beschlag das hier sind meine favoriten da taucht er natürlich nicht auf ich klicke also auf weitere und stelle dann fest hier befindet sich mein modifizierter minifix mit der 13,5 mm tiefen bohrung das wähle ich hier aus hat er nicht genommen wähle ich hier aus und hier würde dann jetzt unser bolzen zur verfügung stehen falls wir ihn bearbeitet und umbenannt hätten auch da müsst ihr bitte daran denken wenn ihr den bearbeiteten bolzen nicht umbenennt dann kann er vom original bolzen nicht unterschieden werden ja dementsprechend müsste das symbol genau wie ich das beim gehäuse gemacht habe bitte umbenennen so hier nehme ich mir einfach den erstbesten bolzen und wenn ich dann hier oben in der ecke die seite mit dem travert verbinde dann haben wir da unseren minifix drin jetzt gucken wir mal im draht modell so tauchen in die gruppe ab schauen mal von nicht von oben von vorne drauf so etwas näher ran gerne auch in der orthogonalen ansicht und dann finden wir hier wieder zwei gruppen drin das ist die gruppe mit dem bolzen das ist die gruppe mit dem gehäuse wenn ich darin abtauche finde ich hier unsere bohrung die geht jetzt von unten nach oben wir können uns die bohrrichtung anzeigen der minifix wurde also richtig herum gedreht dass wir in unserem travert sozusagen von unten diesen minifix dieses minifix gehäuse einschieben und diese bohrung das sagt uns die infopalette schon ist jetzt 13,5 mm tief exakt so wie wir es eben eingestellt haben wir können hier auch vom gehäuse diesen kragen erkennen der verhindert dass wir den minifix also in der bohrung versenken wenn sie zu tief sein sollte und wenn wir jetzt mal auf nummer sicher gehen und messen ihr wisst das ich messe ganz gerne mit einem rechteck das ziehe ich mir hier auf und wenn ich hier oben auf die ecke gehe dann sehen wir hier 13,5 mm tief wird also die diese bohrung gebohrt ausgehen von der fläche wenn euch das video gefallen hat dann klickt bitte mal auf den daumen nach oben und bitte vergesst auch nicht den kanal zu abonnieren nur wenn ihr den kanal abonniert habt bekommt ihr auch mit wenn wir weitere videos hochladen ich habe es ja eingangs schon gesagt zum thema verbinder mache ich noch einen weiteren film da legen wir uns mal einen komplett neuen beschlag an das ist also mit sicherheit für viele interessant also unbedingt den kanal abonnieren vielen dank für die aufmerksamkeit und bis später